Jungs, ich platziere auf A. A, ready. Jungs, ich bin auf dem Weg. Dark Neo. Sieh in Sicht, bin ready. Wo seid ihr? A oder B? Pizza Baron. Jungs. Jungs. Scheiße, hättet wieder kein Akku mehr, verdammte Scheiße. Ma! Ma, wo ist mein Kabel? Der sucht bestimmt wieder sein Kabel. Jungs, ich bin wieder da. Habt ihr auch immer diese Akku-Probleme? Wieso hast du eigentlich nie Akku? Und wieso läuft das LED-Licht von deinem Controller nicht? Wo ist der Zentmet? Wo ist meine Kabel? Wo ist die N listen? Wo ist die N Volume? Wo ist die N Benjamin? Da, in der þe pc. Uwe. Bis zum nächsten Mal. Hey Roy, fertig chillen. Fähre sind vorbei. Ach ja, habe ich total vergessen. Ihr könnt nämlich drei der gezeigten Headsets gewinnen. Eins wird klassisch bei Dave im Livestream verlost und zwei davon, da müsst ihr eine Bestzeit bei Astrobots hinlegen. Ab morgen bis zum 8.9. könnt ihr täglich euer Glück versuchen. Von 17 bis 18 Uhr könnt ihr einen Termin bei uns buchen. Ihr braucht dafür nur eine Playstation 4 oder eine Playstation 5 und natürlich eine Internetverbindung. Übrigens, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Leute, die unsere Videos liken oder kommentieren, 17% glücklicher sind. Außerdem ist es Tatsache, dass Leute, die beides tun, deutlich attraktiver auf andere Menschen wirken, so wie ich. Und zusätzlich am 4.9. haben wir Tag der offenen Tür hier im EraCom Studio. Da könnt ihr direkt vorbeikommen und live vor Ort zeigen, welche Bestzeiten ihr hinkriegt. Kaffee und Kuchen ist natürlich inklusive. Seid schon einfach. Und ich sage ja noch, wir freuen uns auf eure Bestzeiten. Bis zum nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Mittelskreis. Das kannst du auch gerade innen nehmen. Das kannst du auch gerade innen nehmen. Bis zum nächsten Mal.